17. November 1945 Ein Tag vergeht wie der andere. Heute ist schon wieder Sonnabend. Nach den Parolen sollten wir schon längst auf Fahrt sein. Ich kann es nicht glauben, dass wir Weihnachten bei der Familie sind. Aber hoffen will ich es noch. Es ist doch das einzige, worauf ich mich freuen kann. Es wäre aber auch das schönste Fest, was ich je erleben kann.